Valentinstag – Diese Geschenkideen sorgen für Überraschung Am 14. Februar ist Valentinstag. Ein Tag voller Liebe und Romantik. Viele setzen bei ihren Geschenken auf klassische Blumen, in all ihren Farben und Varianten. Dennoch können Blumengeschenke etwas eintönig werden. Wir stellen Ihnen passende Alternativen vor, um Ihre Liebsten dieses Jahr garantiert zu überraschen. Schreiben Sie einen Brief. Drücken Sie Ihre Liebe in Form von Worten aus und richten Sie ein paar liebevolle Zeilen an Ihren Partner. Erstellen Sie eine persönliche Playlist. Garantiert für Romantik sorgt eine selbst erstellte Playlist mit Songs, die Sie und Ihren Partner verbindet. Kaufen Sie eine Baby-Hoya-Carrie-Herzblattpflanze. Diese Pflanze strahlt lieber aus, denn Ihre Blätter sind geformt wie ein Herz. Blumenstrauß aus Süßigkeiten Statt Blumen kreieren Sie einen Strauß voller süßer Lieblingsleckereien Ihres Partners. Im Internet finden Sie zahlreiche Anleitungen für solch einen ausgefallenen Strauß. Zeitschenken Das beste Geschenk ist wohl immer noch, wenn Sie sich für Ihren Partner am Tag der Liebenden etwas Zeit nehmen. Schönen Valentinstag!